Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Infovideo hier auf unserem Kanal und es gibt ein paar Sachen anzukündigen. Zum einen findet heute wie jeden Sonntag um 16 Uhr ein Livestream statt, allerdings nur bis ca. 18, 19 Uhr und es gibt kein EU4. Ich habe ja im letzten Livestream angekündigt, dass wir am Sonntag EU4 spielen. Das muss ich aber leider verschieben, wahrscheinlich auf Dienstagabend, das ist aber auch noch nicht sicher, das muss ich ja schon abklären. Aber ja, wie erwähnt, heute leider kein EU4 aufgrund von zeitlichen Problemen bei mir und Janik, deswegen ist es ein bisschen ungeschickt. Okay, was ich auch noch hier erzählen möchte bzw. demnächst mal sollte, ich glaube nächste oder übernächste Woche, auf jeden Fall diesen Monat noch, findet, ja nächste Woche war es, findet ein EU4-Event statt bzw. startet ein EU4-Event und dort werde ich Japan spielen. Und ich brauche noch ein paar Mitspieler, also mir wurde gesagt, ich darf ein paar Abonnenten mitnehmen, die dann quasi so Asien besiedeln, dass ich da eben ein weiteres Community-Event reinbauen kann. Also wenn ihr Interesse habt, in einem EU4-Event mit mir zusammen zu spielen, bzw. nicht mal unbedingt zusammen, aber halt derselbe Multiplayer-Runde, weil ich habe jetzt momentan bloß das Choro-Projekt, wo ein paar Leute mitmachen können, dann könnt ihr mich anschreiben. Sagt mir am besten auch, was ihr spielt, also ihr müsst in Asien spielen, der Timuride ist schon vergeben, genauso wie Japan. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr nicht Korea spielt. Aber ja, da könnt ihr euch einfach bei mir melden per Steam. Ja, ihr solltet halt ein halbwegs vernünftiges Mikrofon haben und alles drum und dran, wegen dem Aufnehmen und so. Aber ansonsten, ja, müsst ihr eigentlich kaum Voraussetzungen haben. Dann melde ich euch einfach an und dann passt es, denke ich mal, weil ich habe den Veranstaltungen eigentlich schon vor ein paar Wochen versprochen, dass ich das mal erledige, deswegen wird es jetzt höchste Zeit. Und kennt ihr vielleicht irgendwelche YouTuber, die ich vielleicht auch kenne, die im optimal Fall kleiner sind wie ich? Weil ich habe ja, also ich bin ja die nächsten Wochen nicht da, das kann ich auch gleich ankündigen. Ich bin nächste Woche, also übernächste Woche, also morgen in einer Woche, bin ich in Tschechien eine Woche lang, da bin ich nicht da. Dann bin ich eineinhalb Wochen zu Hause, ja, fast zwei. Und dann bin ich für 17 Tage oder 16 in Thailand. Das bedeutet, da bin ich auch nicht da. Das bedeutet, ich werde ziemlich oft ausfallen. Das bedeutet, wenn ihr einen YouTuber kennt, der ein bisschen kleiner ist wie ich oder von mir aus, sagen wir mal, über 1000 Abonnenten und der macht EU4 und den findet ihr voll toll und der ist auch halbwegs gut und so weiter, dann könnt ihr das mir mal in die Kommentare schreiben. Ich werde mich dann mit dieser Person in, ja, ich werde die Person nochmal schreiben. Also ihr könnt jetzt nicht Legendary Marvin schreiben, weil der wird mich zwar nicht ignorieren, aber ja, auf jeden Fall werde ich mich mit dem mal in Kontakt setzen, dass er eben vielleicht dann für mich den Ersatzspieler macht und das dann auch auf unserem Kanal hochlädt. Da haben dann alle was davon. Ich muss kein schlechtes Gewissen haben, weil ich nicht da bin. Ihr habt eure Videos und der YouTuber, wenn ihr sagt, er hat es verdient, wird er natürlich wahrscheinlich gut was an Abonnenten bekommen. Das ist, denke ich mal, so eine Win-Win-Situation. Also ihr könnt mir auf jeden Fall mal was in die Kommentare schreiben. Und ja, da war es jetzt eigentlich auch soweit. Ich habe heute War Thunder aufgenommen, das kommt jetzt wieder regelmäßiger. Genauso wie ich heute noch Rouge aufnehmen werde. Also keine Angst. Ich werde auch dafür sorgen, dass ich, bevor ich nach Thailand und Tschechien gehe, jetzt erstmal Tschechien, dass ich da gut vorproduziert habe. Also jetzt bei Thailand wird es echt schwierig, weil da bin ich zwei Wochen weg. Aber für Tschechien werde ich so vorproduzieren, dass er auf jeden Fall jeden Tag entweder War Thunder oder Rouge kommt. Ich muss mich halt mal einen Tag hinsetzen und aufnehmen. Aber das wird schon irgendwie werden. Okay gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns heute beim Livestream. Mich freuen wir, wenn ein paar Leute kommen. Es wird alles mögliche gespielt, was ihr halt sehen wollt, außer natürlich EU4. Und gut, dann war es jetzt soweit. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.